wir haben hier die stadt und stadt erkundet einfach also wir haben mal von medien mpc heute geredet und so gut wie das betreten das heute betreten und ich habe hier auf der fall eigentlich stellt jetzt geht es doch mit der story Ja. Ich habe jetzt den Lippen, äh, die Leiter bekommen, aber halt... ja. Das Gefährdschung funktioniert im Spiel auf keinen Fall nach mal, ja das ist sicher. Ich habe mir so Flügel halt zu klein und die sind sehr hilfreich. Und auf jeden Fall, äh, die können doch sehr, äh, das Leben retten mal, ne? Ich schrie der Befahrung, sag schon mal. Uso! Ja. Komm rein. Ich schrie's die Lippen. Ich schrie's die Klärin. Machen Sie so? Ja. Oh, ja, ja. Yo, ja, ja, ich schritte. Also, Sie sind in der Volunteer, die ich bin. Oh! Und hier werden Sie sind. Wohin... Wohin... ...weil... Ahem... Jetzt haben wir den Draugrann einfach mal von einem gewissen Sturm schreckt... Das ist so lange wie ein Wohin der Wind. Ich habe die Hände nicht verloren. Ich habe mich nicht verloren. Ich habe mich für die Hände von den Führern. Ich habe mich für das Gefühl, dass ich mich für den Winde beobachten kann. Ich kann mich nicht mehr überlegen. Ich kann mich für den Winde zerstören. Ich kann mich für diese Hände nicht mehr verletzen. Ist das ein Hände? Es ist ein Hände? Ich bin nicht mehr. Ich bin nicht mehr. Ich bin nicht mehr. Das ist mein... äh... ...Babatros oder irgendwas... Okay, okay, lass mich. Wulshut, eine freie und heitere Stadt unter der Führungsort der Fabius. Dies sowohl für ihre guten Beine als auch für ihre Geschichten und wie die damit kommt. ... ... ... ... ... ... ... ... Ah! Habt ihr in den nächsten Mal gesehen? Oh, das war er! Das ist der Gaiya-Sinsel. Der Kieler ist der Kiel-Halle. Das ist... Der Kieler kommt von dem Kieler. Der Kieler ist das ganze Mal... Was ist das... Ich verstehe. Welcome, Mondo. Willkommen bei dir? Ich bin der Mannschaft von den Kishidan und ich bin der Mannschaft von Reo Yu. In der letzten Fumariu-Kurse, die Menschen verletzten alle, die ihr, die Arbeit der Mannschaft hat. Die Ministerpräsidentin ist auch ein interessantes Thema. Ich bin der Mannschaft von den Kishidan-Honbü. Ja, dann kann man hier schwingen, also die sehen so super aus. So, jetzt zu AQT des Triller-Ordenzellern. Gehen wir mal dahin. So, ab. Okay. Hoppla. Okay. Ich bin auch die ... ... ... ... Ich habe mich an, der Kanzler-Kanzler. Ah! Das ist so, dass ich hierhin habe. Ich bin der Kanzler-Kanzler. Ich bin der Kanzler-Kanzler. Ich bin der Kanzler-Kanzler-Kanzler. Kanzler-Kanzler. Dirty pass-Mod und meinen Kuch cara. Das ist WH Mile. Aber es geht einfach, der Theo sanfte St пос conversation. Die Kanzleru wird immer danach gebotmişится Jerusalem. Aange-k Tob? Der Kanzler-Kanzler-Katz hat einen brüten nowen, Ne amigo Half-Name-Kanzler-Katz im Dr. Ich glaube, es ist ein Schmerz. Ich glaube, es ist ein Problem. Okay. So, äh, Gebet. Kannst du beten? Schicke deine Wünsche in die Welt und erhalte verschiedenste Figuren und Waffen. So, Händler. Die Händler sind auf jeden Fall. Gebt den Schlagstabber und den Sternglanz, die du gesammelt hast, eine neue Form der, ja, keine Ahnung, halt. Ja, halt beten, das, äh, kann man machen. Äh, okay, das würde ich jetzt nicht. So. Ja, und dann hat man halt Gebete, wo man, äh, halt zu Typen, kann man, kann man, kann man, kann man lösen als ein A3, wer weiß, vielleicht kommen wir ja richtig guten Videos. Und wir bekommen, äh, Steinschleuder, drei, schnell, okay. So, und jetzt, wir sind auf dem A8, äh, jetzt sind wir, äh, auf dem Stand, wo ich eigentlich war, halt, ne? So, halt, bei der ersten zwei Dinge, das hat sie auch gar nicht geklappt, ne? Äh, halt anläufen. Und jetzt wechseln wir zu meinem eigentlichen Account, wo, äh, wo es schon etwas anders aussieht, wie ihr sehen wird, anhand des Levels, und, äh, ja, ihr werdet sich, also dann, bam, so, da wären wir, äh, jetzt auf dem anderen, und ihr seht, es sieht schon etwas anders aus, Stufe 20, Stufe 20, und dann noch zwei anderen, äh, Mitglieder, mich, äh, schon going, und, äh, sind doch nicht gerade schlecht gelevelt. Also, ihr seht, äh, ja, hier soll ich was anders, und ich habe auch hier die ganze Map-Kunde, wie man sieht, und auch schon ein paar Kennzeichen, auch hier sind nämlich Steu-Buffe. Ja, hier ist sehr easy, der ist in der Stufe 20, glaube ich, wenn ich versichere, ja, da bist du für 20 Zeit, und haben hier noch ein Boss hier, der ist in der Stufe 36 stehen, ne, hab ich mir noch nicht, der hat schon nicht besiegt, was sie auch sieht, macht mir, Stufe 36, das ist nicht ohne. Und ja, halt, alle Teleporte, die ich halt bisher jetzt bekommen konnte, habe ich mir besorgt, und auch diese kleinen Inseln, also, ich habe wirklich so gut wie alle, sag, und auch hier, was mir nicht angezeigt wird, habe ich trotzdem mal verkundet, weil, warum nicht? Und hab, wie ihr seht, ich hab auch ein Teleporter da, in der Grenze, aber jetzt machen wir mal weiter, ne? So, Emma. Die Böse haben sich in der ersten Spiegel vorgelegt, als eine eine Schöne, die Gesang nach dem Schöne, die Hüterin, also, die Hüterin hat uns geändert, was er? So, wenn ich das nicht spreche, was ich nicht so gut fühle? Das ist eine Schöne, die Hüterin hat, ein bisschen geändert. Also, wir schauen uns an, bitte, die Kraft der Schöne, die Kraft der Schöne sind, die Hüterin hat, weil die Hüterin hat. das werden aus von uns ein spieler die tief im tempel des falken und truppen stufe vier erforderung weniger kippen ok ja dann würde ich mal sagen ja das ist unsere truppe so schnell aufsteigen könnte ich heute schon anderes team aufbauen okay so herausforderung stoppen wie wie das hier jetzt klappen wird ich habe keine ahnung was das jetzt ist alles ablaufen wird das sieht ja schon über den personen aus untersuche aber die fähigkeit beim ziel und konzert ihre kraft was den fall nach voller aufladung die kraft verleiht lasse brennende dingen dann umgehe mit hilfe von pürer fähigkeiten flammen ja ja ich bin nicht so ja hier haben wir noch so klar schreckt hier auch oder was kann ich nicht klettern hier kann ich das aber wie ich das abwackeln ne boah egal äh truhe was haben wir denn hier äh wanderartstaschen oder streuen aus gedanken und abenteuer zu buchte ok und ich war auch noch gut ach ja ich versuche dunst ne wenn ich das gewisse ist einer von denen das explodiert wird aber einmal oh ne möhre und so was sind wir noch ne möhre und roßfleisch ok ich glaube ich werde es ja effektiver so friedrich und roßgeflügel und da ist ja noch mehr vor der wiedergeburt wenn wir nehmen elementar blick an um dann die in der beschaffung der dinge an dieser unterschiedlichen farben zu sehen grün steht für dendro effekte auf anfällig für pyro effekte monster mit holzschilden gehören zu dendro kategorie die du mit pyro effekten schutzlos darstellen lassen kannst also genau bricht PARA in Nein, nein. Ne. Ich fülle hier gerade gar nichts. So, ich bin hinten mal. Ah, so was ja. Uhhh. Ich habe es nicht so ein Problem, weil ich meine Hand versuche. Oder auch nicht. Boah, ich wusste hier, das ist ja gar nichts. So. Ich würde sagen, das hat noch explosiven Fässern ausgesehen. Okay. So, was haben wir denn hier? Eine Truhe natürlich. Okay. Okay. Hier noch ein Fisch. Ja, jetzt schon. So. 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 So, ich kann auch mal lassten. So, die machen es weg. Merken mich nicht mehr. Und... ich konnte nichts machen festgepackt die ersten mal da hinten oder nicht hey nervt grad die zeit wisst ihr was bist du da eigentlich weg mit dir weisskohl da kann ich das aufwarten kannst anziehen wahrscheinlich komplett auf das vor Hier vielleicht etwas? Nein. Oder immer oder so. Gut, man weiß ja nie. So, geht mal her. Einfach über die Truhe wieder. Ah, hohes Geflügel. Da ist nichts. Schade. Okay, man kann also die Heubäune abfackeln. Nein, nicht. Es ist hoch. Es gibt etwas auf. Aber wie gehen wir? Ich glaube, ich lasse für... Oh? Das ist... ... die Leer-Taste? Ich glaube, ich... Scheiße. Ich glaube, ich lasse einfach die Phase-Camp-Une an. So, drücke... Ja, auf jeden Fall, soll ja die Leer-Taste mit rein zu fliegen. Ja, ich weiß das schon. Ich glaube, es ist bei diesem Projekt besser, keine Phase-Camp zu haben. Ich glaube, ich muss die Treaty-Camp zu haben. Ich bin der Wand aus. Ach, das ist aber der Grund. Okay, ich bin der Wind. Das ist ein gedacht? Ich zurückfallene ich mich zum Beispiel. Ich habe das noch nichts mitem. Ich bin der Wind. Ich bin der Wind. Ich bin der Wind. Ich bin der Wind ein, wenn ich z Gracias nicht auf dem Schweren bin. Ich bin der Wind. Wenn man sich mit einem Gelegenheiten befindet, muss man sich überlegen, wenn man sich verändert hat, muss man sich überlegen. Das ist von Lisa. Ja, ich habe schon gesagt, dass ich vorhin gesagt habe, aber... Wenn man sich über die Geschichte interessiert hat, was ich zu erzählen? Ich muss kurz sagen, aber... Ich weiß nicht, dass ich über die Geschichte苦te oder so sagen kann. Das ist nicht so, dass die Befugung der Bücher überwiesen werden, dass die Befugung der Befugung überwiesen werden. wäre verlassen gerichte während einer abenteuer wirst du auf seltener rezepte stoßen nicht die rezepte und zu lernen wie man diese gerichte zubereitet okay so in der abgestoßen abenteuer stufe 7 jetzt zu einem anderen tempel neben dahinten tempel des wolfs so deportieren kann schon all diese connection so einfach mit dem teleporter sehr hilfreich so kaya mohi sie ist hier Oh, okay. Das ist nicht so. wasser für euch sprach hier audiosprache kann man stoppen wie sie apparaten die auf elementare energie reagieren es gibt stellen ja ja bestimmte reihenfolge aktiviert werden müssen solche die auto-marsches rückgesetzt werden schaust du es ihnen let me show you how the knights of favonius conquer our adversaries oh oh lol ich mit kaya einfach So, dann wieder sowohl aktiviert, okay. Was ist der Rettung? Traveller. Ob ich falsch bin, scheint ihr keine Vision zu haben. Also wie genau ist es, dass ihr Elemental-Energien kann? Es war ein sehr wunderschönes Phänomen. Ah, etwas wunderschönes passiert. Wir kennen alles von wie es ist, die sind am Laufen. Halt die Fluffer kurzzeitig an, indem du die Kyro-Effekte verwendest. So ist es, ja. So ist es. Boah, ey, weck die Schossen aber auf. So ist es. So ist es. So ist es. So ist es. So, ich kenne dich die Fluffer. Ich mache mir nicht mehr. So ist es. So ist es. So ist es. bischer der dunkelbauer steigt in der mitte des raums ist ein hydro bei einstein das schlechtes beginnt es zu regnen was alles in der umgegnung nass macht so ein wissen schon so gut ist in der welt dann mache ich mir wenig sorgen um die welt irgendwie scheint mir verdächtigt dass wir hier ein paar dings haben vielleicht das sind sie gut tut nein schade versuch was werden treffen wir ohne kunst stachel unter wasser machen so möglich jetzt zu schwimmen wie kios 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 bei kürze leflerisch kalkarsetivor so messieurs lesen so dass die schwarze die die gläde einen barbett als klang ist die kingin in der städtieren witte was once one of the four winds war aware of the exact details if you're interested du kannst du activer en masse de lait torner der woode api es wieder viel Öffne dich, Sesam, öffne dich. Egoic deeds to save Mondstadt from destruction shall be known throughout the City of Freedom, well into the future. Please do visit me at our headquarters when you have the time. I also know a lovely tavern, if that's more your thing. Quite rewarding, no? We've seized another temple from Storm Terra's grasp. I can take care of the rest here. You go take care of other things while I'm at it. See you later then, bye-bye! There's no way Hilly Turls organized an ambush like this themselves. Not with their limited mental capacity. Thus you were behind this. Huh. If I'm not right, it must be Deluxe, right? Huh. Interessant, dass der jetzt rein stürzt. Wo müssen wir jetzt hin? Er muss, äh, lösen. Zu dem Tempel jetzt. Okay, Tempel des Löwen. Auf geht's. Hm. 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 Ja, richtig. Demals gleich mal. So, äh. Einfach zu sagen. Fuss durch das Spiel. Einfach zu sagen. Einfach zu sagen. Es geht. Es geht. Es geht. Es geht. Es geht. Es geht. Oh, ich habe jetzt Kai am Team. Ja, woin. Ich glaube, ich nehme den einfach da. Das wird interessant sein. Okay. So, Lisa. Hey, cutie. You're going to help me out, too? How kind of you. Ich krieg so Ara Ara Wipes, Lena. Don't hesitate to come to me if you need anything. Good question. Basically, things other than that, which require brawn or brains. So, what does that leave? Hm. Dann gehen wir mal rein. Hier. Tempel des Löwen. Let's go. Okay. So, rein hier. Und Arauz war noch gestorben. Können wir hier diesen Tempel mal. I guess I could give this a go. Okay. Okay. Oh, lord. I knew it. There is a strong elemental energy coming from deep within this temple. Pimery, are you able to float across? You can't do much even if she does. Good point. We'd better start looking for a way to get up there then. Let's ride this wind current, shall we? Good point. I'll just hit the energy on the floor. Okay. Hop! Oh, is it going to happen? So, if it goes off. Where is this? Just get the air. Just get the air. There is nothing. Okay, then let's go. Leave it to me. Come a little closer. Okay. Das ist ein wenig krass. Es ist ein Elektromonument. Ich kann nicht nur, äh, kann nicht nur durch drücken, ausklösen. Du kannst sie auch aufladen, in dem du gedrückt hältst. Nach dem Aufladen löst Lisa einen großflächigen Angriff aus, der enormen Elektroschaden verursacht. Jetzt hat's ihn gemerkt. Let me try to activate it with a bit of Elektro-Power. Stand back, sweetie. Hoppla. Urine for a little shock. Bam, alter. Hallo? Außer, wo? Aufgeschlossen, ja. So, ja. Oh, da ist noch mal ein Weg. Dann natürlich ist seine Truhe wehen, wo das? Jetzt. So. Ups. Profi am Start. Komm mal bitte hierher. Okay, ihr seid Fernkämpfer. Schade. Oder eigentlich jetzt ist jeder hierherkommen, wenn ich hier die Ulti einsetze. Aber so kann ich's auch machen. Ähm. Danke. Wenn es zu wehren Fehlern kommt, habe ich sie gespürt. Ja, stimmt. So, ich denke, wir müssen den Spurlin vorteilen. Oh, das ist für mich. Hallo. So. Mom. Zu spät realisiert, dass es ein Explosives was ist. Verdammt. Und hoch da. Oh, ein anderer Windkurrent. Let's ride it up from here. Und hoch da. Oh, weiß. So, hohes Geflügel und rein da. Großer Hydro-Klein. Oh, was ist das? Ich würde mal die neue oder was. Oh, dann würde ich mal den L-D-San nehmen. Und. BAM! Ein Ölgeslash, bereit. Da. Oh, ja. Oh. 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 Wollt ihr wissen, wie immer? Sind Sie schuldig? Sie fragen wirklich? Das ist eine Vision. Es ist benutzt, um Elemental-Powers anzuwenden. In Bezug auf Mystikism, glaube ich, man könnte es ein magisches Lichtmord nennen. Oh, völlig so weit vordergehend. Ungeduld durch den Ungewicht. Ich habe Spaßgeschick. Ah, das ist wirklich trage. Danke. Und du? Du wärst mehr oder weniger qualifizierend als ein magisches Apprentiz. Oh. Und hier ist es, oh, ja. Break es, und wir können nach Hause und relaxen. Ah, das Gefühl, dass ich meine Beine auf und relaxe habe, hat mich alle füllen. Oh. Dragon of the East, Lion of the South, Wolf of the North, Falcon of the West. They are the Four Winds of Mondstadt, affiliated with Barbados, the god of Animo. The Dragon of the East, Storm Terror, its real name is Dvalin. Though most in Mondstadt seem to have forgotten that in all this Storm Terror business. So now you know why Dvalin is only able to channel three of the Four Winds' power. Because it has been consuming itself from the beginning. Because of Hatred, I presume. Hatred? Hatred for Mondstadt. Hatred drove it to become something more powerful than the wind itself. To become Storm Terror. But why would one of the Four Winds hate the city it was supposed to protect? Uh... As a child of Mondstadt, it's something that's really hard to say aloud. Here, take this. It's a very old story from more than a century ago. We were lost. There is aoo. Who would have beenfalden about it? Or anything? die stadt und bestimmt gut dass er in diesem buch steht ich will nicht darüber reden bitte des flusses der in elemental lines stuff was going on about should hopefully be back to normal want to go back and see how the knights are doing but if you got anything more interesting to do paimon can come to you by the way we obtain another animaculus in one of the four winds temples right we might come across more of them in the future so don't forget to offer them to the statues 1 prologue erst lange abgeschossen im abenteuer schuss 10 der armstilf kannst du den händen neben der stadt oder 7 uhr verbringst neue teleportions punkte freustadt truhen in der welt sucht aufträge auslöst und sphärer gestehen es ist weg wie kommen wir jetzt in den mitten erkunden jesus okay das ist ein bisschen mehr wie ich erwartet habe alter das wird ja interessant wo aber hier kann schon mal nicht rüber und da ist mir noch nicht erlaubt also ist etwas was mehr größer geworden aber da stein ich hin darf so hier auch sehr weg steffi bekommen ich würde sagen hier werden wir jetzt allerdings die folge ne weltaufträge anzeigen kommende abenteuer die gilde drück hier nicht die von uns ob wir den aktueller mit kaffeln und fragt nach dem details okay ich glaube wir werden dann uns diesen oblau verschlossen diesen quest wollen wir mal ja alter wenn wir mal uns dann der nächste folge gar nicht ich habe für nichts wollen wenn wir nicht spielen und jetzt da ich so vieler kunden kann meine fresse werde ich mal schon ein paar verbindungen auf ich würde sagen bis hier werde ich schon mal mich vorarbeiten wenn ich sogar da wer weiß ah ja dann danke fürs zuschauen wir sind dann irgendwo auf solchen hier wieder tschö aus 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 Bis zum nächsten Mal.